Und du liest gerade ein Buch? Aloha zu diesem neuen Video. Zumindest für einige. Das Video kam auf unserem zweiten Kanal echt gut an. Wenn ihr Lust drauf habt, können wir hier ein Vanilla-Prank-Format draus machen. Durch mein letztes Video sollte zur Abboten das ja alles gesagt sein. Ich schaue auch immer nach Formaten, die man auch bei solchem Wetter machen kann. Und da würde sich das schon anbieten. Ihr kennt das bestimmt, wenn so Leute fragend feststellen, was man gerade tut. Du verschenkst gerade die Arme, ja? Ihr kennt doch bestimmt diese YouTube-Videos, wo immer einer nur redet. Da weiß der andere immer nicht, was er machen soll. Währenddessen nickt dann und blinzelt und nickt dann ganz energisch. Und schüttelt den Kopf und nickt dann wieder. Film Apel. Und du tätigst dir gerade einen Anruf? Äh. Du tätigst dir gerade einen Anruf? Ja. Und liest dabei ein Buch? Nee. Nicht? Aber du hast da ein Buch auf deinen Knien liegen. Ja, das lese ich später weiter. Ist entspannt? Nee, äh, nicht. Du sitzt unentspannt im Park rum? Ja. Hm, okay. Und ihr spielt hier gerade Ball? Nee, kommt nicht da draus. Und du sitzt hier und zeichnest ein Bild? Jo. Ist natürlich. Und ihr macht hier gerade Musik? Ihr macht hier gerade Musik? Äh, ja. Mhm. Mach mal schön die Seitenstimmen. Ähm, ein bisschen. Morgen fängt meine Schule wieder an. Und du willst dich jetzt ein bisschen mit ihnen unterhalten? Ja, gerne. Okay. Sie tun da gerade Geld rein? Und sie machen hier auch legeren Entspannungsfreizeitspaß? Bitte, was? Ob es hier entspannt ist? Weiß nicht, was sie wollen. Nö, ich freu mich nur. Ich find das schön. Ach. Und das packen sie jetzt ein? Ja. Und ihr zwei sitzt hier einfach auf der Wiese? Sorry? What? Do you speak English? Ihr zwei, ihr könnt nicht so gut Deutsch? Ah, Deutsch no. Ach so. Und ihr wollt jetzt, dass ich Englisch spreche? Sorry, we don't understand. Ich hab grad kurz die Idee, das noch ein bisschen mehr aqua zu machen und hab so gesagt, hey, lehn dich mal so richtig interessiert nach vorne. So, so aufs Knie gestützt und so richtig interessiert. Und jetzt guckt mal, was da, was da raus geworden ist. Na, bisschen die Füße kühlen. Die Füße ein bisschen abkühlen. Ah, äh, let's cool the feet inside the water. Hey, fellow kids. Veranstaltet ihr einen von euren Jugendtreffs? Ja. Ein bisschen Drogen nehmen? Ja. Ein bisschen einen reinkiffen? Ja. Ein bisschen zusammen chillen? Ja. Findet ihr das Wasser zu coolen? So, keeping die feet outside the water? Ja. Ja. Ah. Ein bisschen weiter. Was? Ah. 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 Sometimes wet, sometimes dry. Ihr chillt jetzt hier noch ein bisschen. Ein bisschen Feierabend genießen. Ah, ich muss in die Richtung. Und Sie wollen hier ein bisschen entspannen? Sie wollen hier grad so ein bisschen entspannen? Ja. Nicht so Lust mit Leuten zu reden? Ein bisschen einfach die Sonne genießen. Schön im Park auf der Decke. Richtig entspannt machen. Ich möchte echt mal eine Ruhe haben. Augen zu, bisschen Ruhe haben. Und du liest grad ein Buch? Das ist super gruselig. Was machst du denn sowas? Hm. So. Das war's dann ja jetzt mit dem Video. Und wenn's euch gefallen hat, dann sagt uns, gebt uns Feedback. Und je nachdem, wie das ausfällt, machen wir dann mehr davon. Peace. Filmen, kind of. Oh, ja. Mein Freund ist da. Und wir haben die völlig falsche Richtung gezeigt. Du Hänger. Tschüss. Wir machen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Hö. Wir machen, bei den letzten Mal. Und wir haben dann sehr deutlich Angst. Und wir Kneuen haben.